Mangels elektrischer Versorgung sind viele interessante Reiseziele nur im Schlepp erreichbar. Dafür ist hier 212 138 zuständig. Sie wird den Zug bis nach Trossingen bringen. Von Stuttgart bis nach Rottweil ist der Zug mit eigener Kraft gefahren. Die Strecke über Trossingen nach Willingen ist nicht elektrifiziert. Bis zur Abfahrt nach Trossingen sind noch einige Sägezahnfahrten notwendig. Musik 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 Wenig später ist der Zug auf dem Weg. In Trossingen Bahnhof wird rangiert. Hier beginnen die Gleise der Trossinger Eisenbahn. Eine knapp fünf Kilometer lange Strecke bis nach Trossingen Stadt. Sie ist seit 1898 mit 600 Volt Gleichstrom elektrifiziert. Sie werden fertig geführt. Tate Kranhof sieht aus. Nie von Nordschwein. Ein alter elektrischer Triebwagen rangiert vor den Gläsernen. Er wird ihn bis Trossingen-Stadt schleppen, denn mit 600 Volt Gleichstrom kann der 491 001 nichts anfangen. Der alte Triebwagen mit der Nummer T3 ist etwas jünger. Als der Gläserne, 1938 von der Maschinenfabrik Esslingen gebaut. Elektrische Fahrzeuge fahren hier nur noch im Museumsbetrieb. Seit 2003 ist die Stadt an das Ringzugkonzept angeschlossen. Rigo-Shuttle der HZL sind seitdem im Einsatz. Einfahrt in den Bahnhof Trossingen-Stadt. BINZER Bis heute trägt der Zug seine alten Fabrikschilder. Und wieder wird rangiert. Der Gläserne muss für die Rückfahrt umgesetzt werden. Der Gläserne muss für die Rückfahrt umgesetzt werden. Hinter einer Blende ist der Kupplungshaken versteckt. Horst Büttner bereitet das Ankuppeln vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Zug steht für die Rückfahrt nach Trossingen Bahnhof bereit. Im Hintergrund steht ein alter Triebwagen aus dem Jahre 1898. Mit langsamer Fahrt rollt das Gespann zurück zum Bahnhof Trossingen. Zwei alte Triebwagen auf einer alten Strecke. Mehr kann man den Fahrgästen kaum bieten. Das ist ein alter Triebwagen. Das ist ein alter Triebwagen. Das ist ein alter Triebwagen. Ab Trossingen Bahnhof übernimmt dann 212,138 die Weiterfahrt nach Willingen. Bis nach Basel wird es den Tag noch gehen. Das ist ein alter Triebwagen. Das ist ein alter Triebwagen.